Mit der Chris von Erbbau Europa C aus Hütschlag. Wir machen viel Straßeninfrastrukturbau, wie man da sieht, einen Grabenverbau. Wir haben uns deswegen für einen Filtrotator entschieden, weil man sich einfach bei der Preisgestaltung, bei den Ausschreibungen, bei den Angeboten viel leichter rechnen lässt, weil man einfach viel effizienter, schneller und auch materialsparender arbeiten kann. Es ist für den Fahrer, für die Maschine ist es super, weil er einfach in engen Räumen, wie man da sieht, ohne Umsetzen arbeiten kann. Und es ist auch für die Leute, die neben uns arbeiten, für die Arbeiter, einfach sehr arbeiterleichternd und auch materialsparend, weil wie man da sieht, wir müssen die Steine in Beton versetzen und da kann man einfach den Beton gezielt dahin geben, wo er hinkehrt. Quick-Change ist in dem Sinn eine super Lösung, einfach wegen der Sicherheit, riesen Sicherheit für die Umgebung und für den Arbeiter, da einfach nichts passieren kann, weil der Fahrer durch Sicht und Wahnanzeigen weiß, ob der Löffel verriegelt ist oder ob er nicht richtig verriegelt ist. Quick-Change ist besonders geeignet für viele Wechselreihen in Sachen Anbaugeräte, so wie da, wo man die Zange braucht, in Schremhammer, in Diltrodacker oder dann wäre er in Löffel, ist das einfach eine super Lösung, weil der Fahrer nicht aus der Maschine raus muss und das schnell und effizient geht. Rotodilt hat extrem einen guten Service- bzw. Servicepartner, die sehr schnell an der Baustelle sind und auch das sehr gewissenhaft erledigt. Die Marke Rotodilt ist ganz einfach gesagt, wir haben mittlerweile drei Maschinen mit dem Rotodilt ausgerüstet. Seit 2011 sind wir Rotodilt-Kunde und bei uns in der Firma zieht sehr die Handschlag-Qualität und das haben wir einfach bei Rotodilt gesehen, dass wir hier sehr verlässliche Verkäufer, Serviceberater etc. haben. Mit den Preisgestaltungen effizienter, schneller und vor allem auch viel arbeiterschonend arbeiten können, weil wir einfach mit dem Rotodilt in jede letzte Ecke zurückkommen können. die Marke Rotodilt